Ne, ne, das ist jetzt nicht mehr passend. Sorry und tschüss. Schon wieder dunkel hier. So. Hm, hm, hm. Sieht natürlich dann von unten blöd aus. Wenn hier plötzlich so... ...so komische Stufen sind. Naja. Aber, weißt du, man kann auch nicht alles haben. Nö. Hier müssen wir noch mal ein bisschen was wegmachen. Nein. Oh, jetzt hab ich nur noch... Ne, hier hab ich noch eine. Aber, weißt du, ich hab, glaub ich, inzwischen... ...mh, aus... Oh, was ist denn das da? Hm. Hm, da können wir später noch mal zukommen. Ich hab inzwischen, glaub ich, aber auch ausreichend Diamanten. Zumindest für den Moment ausreichend. Für ne Rüstung reicht's noch nicht aus. Aber ansonsten. So. Ähm, und wenn mir die Diamantenspitzhacke kaputt geht, dann geht sie mir halt kaputt. Kaufe ich mir... Baue ich mir halt ne neue. Wir kommen dem Ziel näher, Freunde. Ich hoffe nur, mir fällt jetzt nicht wieder was auf den Kopf. Zack, zack. War ich da unten in der Höhle? Ich weiß es nicht mehr. Kann gut sein. Boah, was ruckelt das hier wieder? Ich werd wahnsinnig. Das ist ja irgendwie betrüblich. So. Und jetzt... ...bauen wir uns hier wieder ein. Wir bauen uns wieder ein. Miau, 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 miau. So. Hm, hm. Ich glaube, es ist nicht mehr allzu weit. Lili, li, 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 li. Treppen bauen macht Spaß. Ich rede es mir jetzt ein. Aber ich weiß ja, dass ich ein Ziel hab. Ich hab ein konkretes Ziel vor Augen. Und dass jetzt Nacht ist, stört mich auch nicht mehr. Und dass da Spinnen kreischen, stört mich auch nicht. Hä? Jetzt war ich grad ein bisschen verwirrt. Verwirrt. Wie man in den Gelsenkirchen sagt. Ah, Erde. Eine Erdschicht. Ah, Kohle. Ich freu mich. Ich bin so glücklich. Ich hab nämlich nur noch sechs Fackeln. sehr, sehr, sehr gut. Ähm. Nee, 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 nee. Das war zu viel. Ja. Freunde. Ah. Ja, ja, komm. Blödes Fido. Wird mich jetzt hier wohl nicht von einer Spinne erschrecken lassen, oder? Habe ich keinen Platz mehr? Ach, weil ich die verkackten Schnee... Was ist denn hier oben gebacken? Ist das das Empfangskomitee? Ach, jetzt leuchtet grad die Sonne. Die Sonne leuchtet. Was ist das denn für eine Ausdrucksweise? Habt ihr das schon mal gehört? So, jetzt werde ich erstmal hier die blöden, blöden, blöden Schneebälle wegtun. Ach, jetzt... Komm weg damit. Und die hier verschieße ich aber, weil das macht alles viel lustiger. So. Ah, boing. Mache ich boing wie bei einem kleinen Baby. So. Ja, und zur Belohnung gibt es noch ein bisschen Kohle. Finde ich auch sehr freundlich. Das wenigstens als kleines Belohnungshäubchen. Belohnungshäubchen. Guck mal, ich hab die Kacke hier schon wieder. So. Das machen wir aber trotzdem wieder zu. Das ist jetzt nichts besonders tolles. Na. Ja, guck nur immer wieder hier runter. Oh, ist tot. Da bin ich. Jetzt können wir euch auf was gefasst machen. Na, du mal als erstes hier. Kripa. Kripa. Und eine weiße Spinne. Hallo. Bist du lieb? Nein. Guck mal, da hab ich ja sogar ein paar Kierwisse. Spinnenaugen. Ach, ich brauch keine Spinnenaugen. Verdammt noch. So, jetzt komm ich natürlich hier raus. Das ist schon... Hm. Ich wär gerne hier vorne eher rausgekommen. Aber gut, machen wir das Beste draus. Pfeile. Brauch ich auch nicht. Ne, brauch ich im Moment nicht. So, dann lassen wir erstmal den Blick schweifen. Oh. Jetzt hab ich schon wieder Kohldampf. Oh, nee. Komm, dann zieht mir das jetzt halt was ab. Was soll's. Ach, guck mal. Ist das da hinten nicht die Bahnstrecke? Ist das schon die Bahnstrecke? Hä? Wo ist denn... Moment, jetzt muss ich mal grad... grad Luki-Luki machen. Da ist mein Haus. Ganz klar und deutlich zu erkennen. Und da ist schon die Bahnstrecke mit der Wüste da hinten. Das ist ja gar nicht so weit. Das kam mir voll weit vor. Guck mal, das sieht auch cool aus. Das sieht auch cool aus. Sollen wir mal grad da hingehen, gucken, was es da hinten gibt. Das gefällt mir. Ne, ich seh's ja schon von hier aus. Sieht gut aus. Sieht auf jeden Fall gut aus. Okay, okay, okay. Das war doch ein Schwein, oder? Zack, zack. So. Das wäre es. Guck mal, hier bin ich schon fast bei der Wolkengrenze. So hoch kann ich das Häuschen ja dann nicht bauen. Naja, ich wollte hier noch die Brücke mehr oder weniger verbreitern. Guck mal, mein Haus liegt voll im Schneegebiet. Hä? Hier ist ja auch Schnee. Was ist das für eine abgefuckte Kacke? Naja, hier oben wären wir dann. Das ist auch... Gehört alles zu meinem Reich. Da können wir so ein bisschen Berghopping machen. Aber müssen wir auch nicht. Toll, dass ausgerechnet bei mir ein Schneegebiet ist. Scheiße ist das. Mann, es bringt aber auch nichts, wenn ich mich immer und immer wieder darüber aufrege. So. Was machen wir als erstes? Erstmal ein bisschen Platz. Ne? Bisschen eine Ebene. Dass man hier auch vernünftig was bauen kann. Ich spiele ja auch so gerne mit dem Wasser. Hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun. Ich denke und sage was, aber... Das passt dann irgendwie, wenn ich so erzähle, nicht richtig zusammen. Ich... Mache ja gerne Wasserfelder und sowas. Und ich finde, dieser Berg eignet sich auch ganz und gar hervorragend. Deswegen werde ich hier auch ein bisschen Wasser hochschleppen. Und dann... Da hier irgendwie so ein bisschen wasserfallmäßig was machen. So. Ach, scheiße. Ich habe schon wieder keinen Platz. Was habe ich denn schon wieder alles dabei? Treppenstufen. Weißt du? Ich mache jetzt erstmal die Treppen weiter. So. Auf jeden Fall. Das hier oben ist die Dingens. Die Stelle, an der ich jetzt weitermachen werde. Hier und da und dort ein bisschen. Wie das halt so ist. Ich stelle hier erstmal eine Fackel hin. Ja, und wie ihr seht, da unten gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Schnee wegmachen. Und hier könnte man zum Beispiel einen wunderbaren Wasserfall runterlaufen lassen. Genau. Ich könnte hier so eine Brücke machen. Eine richtig coole Brücke. Natürlich. Nicht nur einfach aus Gras. Und dann lasse ich zu beiden Seiten dieser Brücke einen Wasserfall in die Tiefe rauschen. Ja, das mache ich. Das mache ich. Aber jetzt brauche ich erstmal Platz im Inventar. Und dafür müsste ich mal die Treppe weitermachen. Das können wir auch dann komplett hier unten damit besetzen. Oh. Mehr habe ich nicht. Das reicht doch gar nicht, oder? Na, schauen wir mal. Machen wir es von unten nach oben. Aha. Guck mal. Das hier wäre zum Beispiel auch eine Stelle, an der ich mit den Treppenstufen definitiv nicht weiterkomme. Das andere könnte, könnte nicht klappen. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon, Alter. Ja, äh... Ja, äh... Cobblestone-Treppen sind nicht gerade schön, aber ich habe jetzt auch keine ausreichenden Ressourcen. Beziehungsweise ich möchte jetzt nicht, dass die schönen Steinziegeltreppenstufen verbraten. Ja, hier gibt es eine kleine Unregelmäßigkeit. Oh. Sitz! 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 Bellt der da die ganze Zeit? Oder ist das in der Musik? Das weiß man ja bei dieser Ambient-Musik nie so genau. Da können auch Hunde... Kann auch Hundebellen... Äh... ... zur Musik gehören. Das hört sich jetzt zum Beispiel an, als würde ein Kreuzchen im Hintergrund trellern. Vor allem, weil Kreuze so trellern. Rufen. Er ruft eher, der Kauz. Der Kauz ruft... Die Nachtigall trellert. Das Schwein quiekt. Der Hund bellt. Der Elefant... ...trompetet. Die Gans schnattert. Der Löwe brüllt. Die Schlange zischt. Der Creeper auch. Das war Rücken. Die Schrauber. Ichểnbe.